Hallo Andres, schön, dass du da bist. Wir sind hier gerade im Trainingslager in Benidorm. Die erste Frage ist immer die einfachste Frage. Wie geht es dir eigentlich und wie fühlst du dich? Mir geht es sehr gut. Wir sind jetzt am sechsten Tag hier und wir arbeiten mit der Mannschaft sehr konzentriert, um auf ein höheres Level zu kommen und die Rückrunde dann bestmöglich zu gestalten. Nehmen wir uns mal ein bisschen mit. Wie sieht eigentlich sein normaler Tag im Trainingslager aus? Also normalerweise haben wir immer zwei sehr intensive Trainingseinheiten, die uns auf ein starkes und hohes Level für die Rückrunde heben sollen. Dazwischen müssen wir uns immer wieder ausruhen und regenerieren. Wie schätzt du deine Leistung persönlich ein? Bist du schon bei 100 Prozent? Ich fühle mich sehr gut. Ich glaube, uns fehlen noch anderthalb Wochen, bis die Rückrunde wieder losgeht. Aber bis dahin haben wir auch noch zwei Testspiele und die sollten uns dann den letzten Schliff geben. Ihr findet hier im Hotel eigentlich wunderbare Bedingungen vor. Aber gibt es aus deiner Sicht noch irgendwas, was dir fehlt? Im Moment geht es mir hier sehr gut. Es ist ein wunderbares Klima. Wir hatten zwar ein paar heftige Böen und Winde, aber im Grunde ist hier alles gut. Es erinnert mich ein wenig an meine Heimat. Wie siehst du die bisherige Entwicklung der Mannschaft? Die Mannschaft präsentiert sich hier sehr gut und ist auf einem guten Weg, um dann unser Ziel jetzt in der Rückrunde zu erreichen, nämlich in der zweiten Liga zu bleiben. Wie sieht euer Tag aus, wenn ihr nicht gerade am Fußballspielen seid? Wie verbringst du die Zeit? Mit wem verbringst du die Zeit? Die meiste meiner freien Zeit versuche ich, so gut es geht, mich zu erholen und zu regenerieren. Ich mache dann meine Übungen und arbeite individuell an mir. Ansonsten schaue ich hier Netflix oder lenke mich mit meinen Mannschaftskollegen ein bisschen ab. Gibt es jemanden in dem Team, mit dem du besonders viel Zeit verbringst oder Spiele spielst? Ich verbringe gerne Zeit mit Brian und George und wir spielen dann oft zusammen. Seit Sonntag ist Danilo auch mit dabei. Hast du schon mit ihm gesprochen, vielleicht sogar auf Spanisch? Ja, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir ihn im Team haben und er ist eine gute Ergänzung. Er spricht sechs Sprachen, das ist für uns sehr wichtig, auch jemanden zu haben, der beim Übersetzen helfen kann. Du bist ein sehr ehrgeiziger Spieler und wolltest schon immer in der Bundesliga spielen. Was sind deine neuen Ziele? Warum willst du mit Arminia hin? Ich bin hierher gekommen, um sportlich den nächsten Schritt zu machen und mich mit den Besten zu messen. Ich bin sehr ehrgeizig und möchte mich stetig weiterentwickeln und ich bin mir auch sicher, dass ich das nach und nach hier erreichen werde. Du bist mit 24 Jahren ein noch recht junger Spieler, hast schon viel Erfahrung gesammelt, hast schon Europa League gespielt, bist Nationalspieler in Panamá. Wie gibst du denn deine Erfahrung an die Jüngeren im Team weiter? Ich habe tatsächlich schon einiges an Erfahrungen gesammelt. Das war aber kein einfacher Weg, ganz im Gegenteil, ich musste mir alles hart erarbeiten. Aber dank Gott konnte ich immer alles erreichen, was ich mir vorgenommen habe. Die Jüngeren können von meinen gesammelten Erfahrungen lernen, die ich zum Beispiel in der Europa League oder in der Bundesliga gemacht habe. Persönlich, aber natürlich auch auf dem Platz. Wir werfen mal einen Blick voraus, wir nähern uns der Rückrunde, was fehlt der Mannschaft aus seiner Sicht noch? Im Moment fehlt uns nur noch, dass es endlich losgeht. Wir sind sehr konzentriert und sind voll fokussiert auf das erste Spiel. Wir freuen uns auf das Heimspiel gegen Sandhausen und werden bereit sein. Wir kommen zum Abschluss, richte doch noch ein paar letzte Worte an die Zuschauer da draußen. Ich möchte meine Familie und alle Arminia Bielefeld-Fans grüßen. Ihr habt uns immer sehr unterstützt und getragen und ich hoffe sehr, dass das auch in der Rückrunde der Fall sein wird. Bis bald in Bielefeld.